und willkommen zu diesem um wie gesagt zeige ich nicht mein Gesicht und ich sitze hier gerade mit meinem Bruder ja ich glaube ich werde auch mein Gesicht zeigen zu dem nächsten Vlog sehen vielleicht der vielleicht morgen übermorgen kommt so weil ich einfach keinen Bock mehr habe weil die einer also ich habe einen Kommentar gesehen da stand einfach ja du machst scheiß Videos und so ja sorry ich nehme es nämlich immer mit dem Handy auf und hier ist drei gespielt so kann ich nicht spielen ja ähm ich sitze hier gerade mit meinem Bruder den eigentlich kennt David loooool ich gucke gerade ein paar Maika Videos also ähm was ich jetzt sagen soll der der die sie kommentar gemacht haben ne das finde ich einfach schade ich bin also ich hab ich fand YouTube erst seit kurzem an kann es mein Stimme ist bei Videos immer so richtig scheiß irgendwie ne trotzdem trotzdem keine Ahnung sorry Leute aber ich höre trotzdem nicht mehr YouTube auf nicht wegen euch ich mach einfach weil es mir Spaß macht also ich bin ich ich hab schon so lange kein Video gemacht weil ähm ja und jetzt sag ich mal mein Gesicht hey Leute ich hoffe er sieht man im Video das ist mein Klebe gut ne 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 aber aus dem Sofa mach ich dann ich hoffe er mich sieht man jetzt besser ne trotzdem hoffe ich ähm ihr gebt mir bitte einen Daumen um weil es ist mein erster Vlog von seit keine Ahnung ähm ich würd mal sagen äh irgendwie ich rede das tut mir echt leid und dann würd ich mal sagen Ciao Tschöne